Halli, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück bei Guild Wars 2. So, ich habe gerade bei der letzten Aufnahme eigentlich auf alle Sammelgegenstände lagern gedrückt, aber irgendwie funktioniert das manchmal nicht so ganz. Ich fress mal hier das ganze Zeug, von dem ich wieder nicht weiß, was es mir eigentlich bringt. Erhöht magisches Gespür um 50%, das war aber glaube ich irgendwas anderes gewesen. Wieso kann ich das nicht mehr lagern? Wieso kann ich denn diese PvP-Sachen nicht mehr irgendwie in die Bank werfen? Das ärgert mich ein bisschen. Ich befinde mich nach wie vor in der Vorproduktion immer noch, wobei ich eigentlich schon fast wieder aus dem Urlaub zurück sein sollte, aber ich nehme trotzdem noch im Voraus auf. Also ich bin, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, bin ich nicht gleich wieder zu Hause, so das wollte ich damit eigentlich sagen. Oh, jetzt klingelt gerade mein Handy. Ich mache nochmal kurz einen kleinen Stopp. Bis gleich! So, Telefonate beendet. Schöne Grüße von meinem Mann. Jetzt war ich hier gerade dabei, irgendwie ganz verwirrt wieder irgendwelche Sachen irgendwo hinzuschieben. Wieso kann ich denn die Sachen jetzt auf einmal nicht mehr zurücklegen in die PvP-Box da? Warum geht das nicht? Wahrscheinlich, weil ich sie jetzt einmal angehabt habe oder sowas Doofes. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Was ist das hier nochmal? Um meinen Fertigkeitspunkt zu verdienen. Ich benutze das jetzt einfach mal und dann haben wir einfach einen oder was? Okay. Okay, okay. Soll uns ja eigentlich nur recht sein, weil, ne, wir brauchen ja hier noch die restlichen acht Punkte. Was ist das hier für ein Ding? Achso, okay. Jetzt haben wir hier noch so einen Fertigkeitspunkt. Ja, wunderbar. Ja, so kann man sich die Dinger natürlich auch irgendwie eher cheaten, mehr oder weniger. Ähm, Sammelgegenstand lagern. Pistole des Berserkers des Feuers. Okay. Wie immer gilt, wenn die jemand haben möchte, dann kann er sich gerne bei mir melden. So, dann hätten wir soweit alles, ne? Achso, dieser blöde Kommunikator, den wir da immer noch rumfliegen haben. Ähm, wieso habe ich denn jetzt noch irgendwas, was beschädigt ist anscheinend? Beschädigte Ausrüstung, einige Ausrüstungsteile, was denn? Ach, hier. Ja, da könnten wir uns eigentlich auch mal Zeug kaufen, ne? Ach, ne, wo ist denn der Rüstungsfuzzi? Ähm, dass wir uns so ein bisschen Schmuck... Wo ist der denn? Rüstungsmann? Rüstungsmann? Ach, da hinten. Habe ich den gerade nicht gesehen, oder wurde der noch nicht geladen? Na, egal. Auf jeden Fall können wir uns da auch mal gucken, dass wir da so ein bisschen Schmuck kaufen, ne? Ähm, wäre ja vielleicht auch nicht verkehrt. Boah, das tut mir so leid, dass das hier jetzt alles so, ähm, chaotisch ist. Weil ich weiß auch jetzt im Moment nicht, möchtet ihr noch mehr PvP sehen? Oder möchtet ihr, ähm, dann doch lieber in, also, wollt ihr in strukturierte PvP? Wollt ihr das andere irgendwie sehen? Wollt ihr, was ist denn das? Verkauft eure Artikel? Nee. Ähm, dass ich, ähm, dass ich jetzt gerade gar nicht so darauf eingehen kann, was ihr eigentlich möchtet. Aber das könnt ihr mir natürlich jetzt auch schon in die Kommentare schreiben. WVW, ähm, SPVP oder was auch immer. Ähm, ganz wie ihr das mögt. So, Schmuckstück. Ähm, hätte ich ja dann auch gerne Level 80. Kann man das auch noch irgendwie kategorisieren? Accessoire. Oh ja, jetzt geht's los. Ähm, nee, Accessoire heißt das ja, glaube ich. Ich kenne mich ja mit dem Kladderadatsch nicht so aus. Boah, guck mal, was wir da tragen, Stufe 55. Wie, nie? Zwei Gold? Nie im Leben zahle ich dafür zwei Gold. Ja, hier, da kaufe ich mir doch lieber sowas. Ich achte auch überhaupt nicht darauf, ob wir das irgendwie gebrauchen können oder nicht. Hauptsache kaufen, ne? Nee, ich glaube, das mache ich ein andermal. Nee, ihr Süßen, damit setze ich mich ein andermal auseinander. Das ist mir gerade, glaube ich, nee. Äh, vielleicht habt ihr da nochmal Tipps, was Schmuckstücke angeht. Ob ich mir da, ähm, irgendwas Tolles kaufen kann, soll, tun, muss, wie auch immer. Wahrscheinlich habt ihr mir auch schon 3000 Kommentare geschrieben, von wegen, wie man am besten, ähm, komm, wir machen nochmal hier PvP. Ähm, äh, wie man, welche Rüstung man am besten trägt als Krieger und auf was man achten sollte und so weiter und so fort. Und ich habe das jetzt komplett ignoriert, ähm, weil ich es halt einfach noch nicht gelesen habe zu diesem Zeitpunkt. Das ist irgendwie total blöde, wenn man so im Vorlauf, wirklich so viel im Vorlauf produziert und dann immer, ähm, sich hundertmal erklärt. Weil es gibt ja immer mal wieder Leute, die gucken in eine Folge rein und die denken sich dann vielleicht, ey, was denn das für eine? Hat jetzt hier 380 Abonnenten und glaubt, sie muss einem nicht mehr antworten. Ne? Gibt ja so Menschen. Ach so, jetzt haben wir ja die. Und genau, und jetzt wollte ich nämlich, verdammt, gibt's hier einen? Oh nein, gibt's hier einen? Okay, warte mal, wir porten uns noch mal aus. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich wollte nämlich, ich habe nämlich festgestellt, also gerade auch dann, wie gesagt, ich gucke mir ja die Folgen selber immer wieder an, ähm, und schäme mich in Grund und Boden manchmal. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, dass ich, glaube ich, mit den beiden Äxten im, im PvP äh, besser zurechtgekommen bin als, äh, mit dem, mit dem Großschwert. Und außerdem finde ich das langweilig, die ganze Zeit mit derselben Waffe rumzurennen. Und deswegen, ähm, hätte ich gerne noch mal die beiden Äxte ausgerüstet. So, die habe ich jetzt natürlich dummerweise, ähm, blöderweise habe ich die jetzt da reingelegt gehabt. So, und jetzt gehen wir noch mal zurück zum Herz der Nebel. Wunderbar, ich mag, äh, diesen, ähm, Ladebildschirm unglaublich gerne. Ich glaube, das sage ich auch jedes Mal. Deswegen porte ich mich ständig hin und her, weil ich, äh, den Ladebildschirm so gerne mag. Oh Mann, es ist unfassbar. Ich weiß nicht, ich bin manchmal so verballert und ihr sagt dann auch immer, ach ja, war ja eine lustige Folge und so. Oh Mann, ich denke mir dann immer, boah, das kann sich, kein Mensch kann sich das angucken. Aber okay, so, dann, ähm, rüsten wir jetzt mal wieder die beiden, ähm, Äxte aus, ne? So. Wunderbar, dann tun wir das Schwertchen mal hier an die Seite und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht irgendwo noch mal ein, äh, schniekes, ähm, ja, ne? Ähm, ob wir hier nicht noch mal irgendwo was Schönes finden. So, und mir ist dann auch, komm, wir nehmen einfach hier irgendeins. Ist doch, ist doch egal. Ähm, dass man dann ja beim Auswählen, also das ist ja, das geht ja immer alles so schnell. Wenn man ins PvP reingeht, auch schnell für ein Team entscheiden und, äh, weitermachen und so weiter und so fort. Und beim Schneiden ist mir dann aufgefallen, dass, ähm, dass es da so ein paar mehr Optionen gibt. Also man kann anscheinend einfach nur zugucken, ähm, das ist ganz links die Option. Dann kann man sich entscheiden, ob rotes oder blaues Team. Und dann kann man, ähm, noch sagen, glaube ich, zufällig auswählen oder so. Genau, hier Zufall, äh, äh, beitreten. Äh, zuschauen, genau. Und, äh, wo gehen wir denn jetzt rein? Komm, wir waren immer blau, dann nehmen wir jetzt auch blau. Ähm, wobei ich anscheinend kann man jetzt, ähm, nicht wirklich, ähm, mitmischen. Äh, darf ich mir hier jemanden aussuchen, wo ich zugucke? Ach, guck mal, ja, dann ist doch auch schön. Oh ja, da können wir hier mal gucken. Ähm, wie die Leute so kämpfen. Haben wir hier irgendwo einen Krieger? Der, da können wir uns mal ein bisschen, hier, da können wir uns mal ein bisschen was abgucken. Ähm, der kleine Asura hier, genau, der ist offensichtlich ein Krieger. Und, äh, der, der geht hier ganz gut ab, ne? Der kleine, wie hieß der, wie heißt der? Death, Deathhorn? Nee, Deaththorn? Ich kann ihn nicht lesen, ehrlich gesagt. Das ist alles so klein, das ist alles so weit weg. Ähm, ja, da liegt er im Dreck, das kenne ich. Mein kleiner Freund, das kenne ich. Äh, komm, dann wollen wir nochmal hier, ne? Jeder kommt mal, ähm, kommt mal dran. Hier darf auch mal beim Wächter geschaut werden. Oh, das war halt nicht so gut, mein Freund. Oder meine Freundin, je nachdem. Oh ja, wir messen mal. Komm, wir wollen mal Messen mal beobachten. Messen mal ist auch nicht schlecht. Ähm, komm, auf der anderen Seite. Weißt du, die haben gar keinen Krieger. Naja, wie gut, dass wir gleich auf der blauen Seite kämpfen. Auf jeden Fall sind wir dann eine Bereicherung für das Team. Ja, und da sehen wir jetzt also gerade, dass blau natürlich in Führung liegt. Ähm, das ist jetzt aber nicht so, dass ich, äh, gewollt hätte, dass wir, ne? Deswegen dahingehend, das war wirklich so, weil wir in letzter Zeit immer blau gewesen sind. Also ich bin jetzt nicht so ein, ähm, ich, ich, ich gehe auf die Seite, was gerade, welche gerade am Gewinn ist, ne? Das ist nicht so meine Art. Ich bin eigentlich immer eher für die Verliererseite. Ähm, ja, blau liegt auf jeden Fall in Führung. Und jetzt haben wir gerade, oh, guck mal hier, der Messen mal, der hat hier drei seiner Kollegen gerufen. Und, ähm, da unten, wer läuft denn da unten rum? Wollen wir den mal anklicken, ne? Na, komm, wer ist denn das? Ist das der, auch ein kleiner, ein kleiner, ein kleiner, ähm, ein kleiner Asura? Hier, der hier ist das. Das ist ein, kann ich gerade nicht erkennen, was das hier für eine Klasse sein soll, ehrlich gesagt. Äh, was bist du denn? Bist du ein... Ja, genau, deswegen liegst du auch, äh, gerade im Dreck auf jeden Fall. Äh, wen haben wir hier? Lord Grip. Ah ja, ist ja auch ein Traum. Ähm, der hier, der ist langweilig, den will ich nicht sehen. Ähm, ja, hier, da geht die Action ab, da ist doch wunderbar. Hier haben wir Char gegen, äh, Mensch. Ja, Char gegen Mensch und, äh, oh, der wird jetzt gerade hier mit 4, ähm, ähm, mit Angst, mit Furcht, so weiß das, glaube ich, übersetzt, ähm, äh, hier. Und jetzt ist er aber wieder im Spiel drin und muss sich gegen den Mesmer durchschlagen, ja, gegen unseren Char-Freund Mesmer. Und der weiß wahrscheinlich gerade überhaupt nicht, welcher der richtige, ähm, Char ist, was natürlich sehr, sehr schwer ist. Denn der Mesmer ist halt nur mal so eine kleine, hinterlichtige Klasse, ne, kann man ja mal so sagen. Ähm, aber du schaffst das schon. Komm schon, äh, hier, mein, mein, mein Freund. Äh, wie hieß du nochmal? Ich habe vergessen. Wow, das rote Team hat sich einen Eroberungspunkt geholt. Wow, das rote Team hat sich einen Eroberungspunkt geholt, das ist der absolute Knallader. Blau gewinnt, blau gewinnt, blau gewinnt, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Und das alles nur, weil wir hier unser Team angefeuert haben. Juhu, wunderbar, blaues Team hat gewonnen, sehr schön. Ta-ta-ta-ta. Wie schön, wie schön, Zuschauer. Ach, guck mal, das steht hier sogar. Und auch die beiden haben zugeschaut. Allerdings auf der anderen Seite, ähm, was kann man denn hier, kann man hier, ah. Ah, okay, alles klar. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier für ein Schlachtfeld gewesen ist, aber spielt ja auch keine Rolle. Beim nächsten Mal sind wir mit dabei. Blau aus Team beitreten, kann man das jetzt schon? Das wäre ja ein Traum. Tempel des stillen Turms war das gewesen. Und jetzt, äh, des Sturms, glaube ich, nicht des Turms. Ich sage immer des Turms, ich meine aber des Sturms. So, jetzt sind wir hier wieder im Wald unterwegs. Ähm, auch eines meiner Lieblingskarten. Also das, das Liebste ist ja das mit der Ruine und mit dem Strand. Kann ich mich jetzt hier entscheiden? Oder sind wir jetzt schon? Oder wie sind wir? Sind wir, sind wir nicht? Ich weiß es nicht. Juhu! Juhu! Jawoll! Äh, sind wir blau? Äh, was sind wir denn? Äh, hallo? Ja, ich glaube, wir sind blau. Wir sind ja hier, ne? Hier blau hinterlegt. Sind wir blau? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Der Schwan hier, der ist wieder zurück. Natürlich ist er da. So. Dann wollen wir hier mal ein bisschen rumtänzeln. Und, ach wohl, hier kommt sowieso gar keiner. Ja, sowas aber auch. Na? Jetzt haben wir die Punkte nicht gekriegt, weil wir rausgegangen sind wahrscheinlich. Egal. Äh, hier, der Häuptlegen. Juhu! Und ich habe mir doch vorgenommen, eigentlich hier mir mal durchzulesen, was die ganzen Fähigkeiten machen, ne? Aber, pff, weiß der Teufel. Ich weiß, dass das hier dieser Wirbelwind ist. Das ist mir wohl durchaus bewusst. Aber so ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht so genau, was die anderen Fähigkeiten machen. Äh, kann man sich ja mal so, ich wollte gerade sagen, kann man sich ja mal auf dem Weg durchlesen, wenn wir hier zu irgendjemandem, ähm, hinschlavenzeln. Aber, das Problem ist, oh, der ist ja ganz klein, guckt mal, dass hier ja ständig, äh, Gegner kommen und wir deswegen gar nicht so die Zeit haben, das alles wirklich durchzulesen. Das sollte man sich vorher, äh, überlegen. Aber, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, wie das immer so bei mir ist. Äh, magst du nicht mal vielleicht ein bisschen sterben? Ja, aber du kannst es gerade nicht einsetzen. Scheiß, spring mal da raus. Heile dich. Äh, heile dich, habe ich gesagt. Naja, egal. Hat nicht sollen sein. Nein, 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 du kriegst mich nicht tot, du kriegst mich nicht tot. Nein, nein, nein. Ha, 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 ha. So sieht es nämlich mal aus, mein Kollege. Wunderbar, haben wir jetzt hier schön mit der Jägerin, Waldläuferin, ähm, uns, äh, zurückgekämpft. Äh, wenn die jetzt nicht gewesen wäre, dann, äh, wären wir auf jeden Fall verreckt. Oh, hoppala. Ähm, ach Mist, hat uns doch gesehen. Okay, ich war mir gerade nicht sicher. Ist das, ne, ist das ein Nekromant? Okay, ich habe schon wieder Angst gehabt, es könnte ja ein Messmann gewesen sein. Komm, wir schubsen den mal um. Hat das jetzt geklappt? Nja, ach Mist. Ah, immer dieses blöde Vier. Ach, lassen wir sie, lassen wir sie, lassen wir sie. Wo ist der andere? Da unten? Ach, ist das nicht unser Freund von gerade eben? Der hier, ähm, uns getötet hat? Also, der hat uns ja nicht getötet. Nein, äh, wir sind ja... Mann, 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 das ist nicht ganz so einfach, ihr Lieben. Ah, nein, jetzt liegt die da tot rum. Oh, ne, komm, belebt dich irgendwie wieder, meine Rutes. So, ohne dich kann ich doch nichts. Ohne dich kann ich doch nichts. Ich bin noch ein hoffnungsloser Fall ohne meine Freunde. Mist. Mist, Mist, Mist. Da war noch ein Nekromant. Glaube ich. Bist du ein Nekromant? Ja, bist du. So, jetzt haben wir die da umgeschmissen. Und jetzt können wir Rache machen. In der Hoffnung, dass es was taugt. Ich dachte, das stößt einen um, diese Fähigkeit hier. Stimmt auf ein Gegner zu und werft Fliehende zum Boden. Ja, der ist doch geflohen, aber hat irgendwie alles nichts getaugt. Naja, egal. Ach, verdammte Rache. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Das gibt's doch nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Kommen wir jetzt hier mal lesen. Ähm, dreht euch schnell und greift Gegner um euch herum an. Ach, ich dachte, das macht die Fähigkeit 5. Dreht euch und greift Gegner in der Nähe an. Ihr könnt euch während der Drehung bewegen. Achso, okay. Bei der Nummer 2 kann ich mich anscheinend nicht bewegen. Ja, hallo. 3000, äh, Gegner. Ähm. So. Und wir stürzen uns jetzt hier rein, ohne, dass wir genau wissen. Achso, nee. Wir haben... Ich dachte gerade, ohne, dass wir genau wissen, wie viele, wie viele Gegner hier eigentlich noch so rumhampeln. Aber, ähm, ups, ich drehe mich falsch. Ähm. Ich dachte gerade, da wären viel mehr Gegner als, äh, als Freunde, aber offensichtlich lag ich da falsch. So, jetzt haben wir sie umgeschmissen. Guck, jetzt hat das auf einmal funktioniert. Okay. So, komm mal her, wir schießen die einfach kaputt. Mist, jetzt hat die sich da wieder so vollends aufgeladen. Können wir die nicht nochmal um... umschießen? Na komm schon, Pipi, geh kaputt. Ich sag's dir, die haut uns noch um. Nee, jetzt hat hier wieder diese doofe vier. Ja, die ist zu weit weg jetzt mittlerweile. Die trennt jetzt zu ihren Freunden wahrscheinlich. Und, äh, wir rennen jetzt hier voll in die Falle rein. Ich will die jetzt umnieten, ne, die verdammte Silvari. Komm schon. Oh, die lädt sich jetzt wieder vollends auf. Pipi, bleib doch mal stehen. Äh, hat die gescheit... Nee, das hat die andere gesagt, ne. Die ist ja hier offenbar auch eine Silvari-Tante. Wo ist sie denn? Ach, will die mich denn verarschen? Mit ihrem ewigen Hin- und Hergerennen. Ich sag's euch, die bringt uns noch um. Die schafft das und bringt uns noch um. Guck sich das mal einer an, wie die uns hier zum Narren hält, ne. Die lacht sich hier ein. Und denkt sich wahrscheinlich, was bist du für ein Vollnut. Und recht hat sie. Recht hat sie. So, wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist sie denn jetzt hin? Jetzt hab ich sie verloren. Das gibt's doch nicht. Dafür geht hier unten die Post ab. Dann machen wir halt hier weiter. Ne, ich wollte eigentlich die Waffen wechseln. Danke. Boah, wer hat das denn... Was ist denn das hier für ein Spruch? Was ist denn hier? Ist hier irgendwie die Silvari-Invasion? Hab ich irgendwas verpasst? Ich mein, ist ja schön. Aber ich möchte eigentlich nicht gegen meine Freunde kämpfen. Na, bleibt doch mal stehen. Schon wieder so eine, die hier rumhopst wie eine Bekloppte. Komm, wir machen jetzt mal diesen hier. Die das nervt. Wie gesagt, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht gebacken. Einfach, ähm... Einfach zu tänzeln und dann... Ähm... Dann noch zu koordinieren, was ich hier drücken soll. Und so weiter und so fort. Das ist mir... Das ist mir einfach... Und ich ruckele schon wieder. Oh nein, und da kommen... Oh nein, oh nein, oh nein, und da kommen ganz, ganz viele. Hm. Hinter uns, da kam... Noch der ein oder andere, möchte ich sagen. Wow. Okay, so schnell kann man sich ja da gar nicht wieder raus... Äh... Friemeln. Ich drücke einfach mal die 1, auch wenn ich glaube, dass es nicht sehr viel bringen wird. Und zack, da liegen wir wieder im Drecke. Na, das ist schön. Hauptsache, das Erdwerk gehört uns. Das ist ja die Hauptsache. Okay, naja, gut, aber wir liegen ja ziemlich weit in Führung. Aber das heißt ja nischt, ne? Sollen wir eben hier gerade gucken, ob hier jemand rumtänzelt? Nein. Ist der Spanier da oder der Hauptmann? Nein. Weder noch. Ich glaube, der Hauptmann steht ja da eigentlich, ne? So, hier haben wir einen Toten. Wunderbar. Zumindestens ein kleiner Wink, dass hier irgendwo ein Kampf stattfindet. Nö. Ich dachte, hier würde es jetzt noch abgehen, aber das tut es offenbar nicht. Na gut, dafür nehmen wir jetzt hier die Festung ein. Die Feste gehört euch. So, und dann können wir uns da unten aufmachen in Richtung... Was war das da? Mine? Oder Erdwerk? Oder was ist das da? Ja, klar. Und wir sind wieder die Letzten und kriegen auf die Fresse. Komm schon, Schrei, Bewegung, Bewegung. Achso, das gehört schon an uns. Okay, das hat schon einer eingenommen. Wunderbar. Ne, doch nicht. Das nehmen wir gerade ein. So, jetzt... Wir haben die Wiener eingenommen. Nicht wahr? Wunderbar. Was haben wir jetzt? Tägliche Eroberung wieder da irgendwas freigeschaltet? Ist ja ein Träumchen. So, gehört jetzt gerade alles uns? Außer... Ne, gar nicht wahr. Hier oben. Die Festung wird wieder eingenommen. Habe ich ja gerade gesagt. Du wiederholst dich. Ach ja, fürchtet mich, sagt er. Und, äh... Wow. Und griff uns an. Oh Mann, mein Bester. Ey, du musst aber auch ein bisschen schaden, ne? So ganz dezent. Boah. Auch ein Krieger. Wo ist er hin? Was ist denn jetzt passiert? Warum war er denn plötzlich weg? Wow, okay. Unser Team war siegreich. Wunderbar. Aber er bringt uns jetzt noch um. Alles klar. Ja, wieder hier so ein Mittelding, ne? Na ja. Na ja. Da waren wir schon mal besser. Aber auch schlechter. Muss man ja... Muss man ja mal sagen. Na ja. Schade, dass der uns da noch zum Schluss erwischt hat. Ärgert mich dann immer so ein bisschen, weil... Ich mir dann denke, na ja, am Ende... Nö. Hm. Na egal, ihr Lieben. Was soll's. Dann warten wir jetzt mal ab, was als nächstes kommt. Vermächtnis des Feindfeuers. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich fürs Erste. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich warte jetzt wieder nicht ab, bis der fertig gelandet. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.